Jetzt. Hallo. Wir haben heute Geburtstag. Niko ist 10 Jahre alt. Hallo. Zuerst. Niko, was du sagst für deinen Geburtstag? Was du kannst sagen für deinen Geburtstag? Ich liebe Trauben. Trauben? Das ist nicht. Niko, ich warte. Wir machen ein Video für dein ganzes Leben. Sag etwas. Du bist froh oder? Du bist froh? Ja. Du bist sehr froh. Jassi, sag zwei Wörter für deinen Freund Niko. Du bist froh, dass du jetzt Steine wirst. Ja. Nein. Schönen Steine wirst. Super. Super. Und Niko? Warte. Ja, ich warte. Kamera auch. Ja, ich verpert. Okay. Hallo. Look in der Kamera. Nein, ich bin schön. Oke, ruhig, ruhig. Oke. Hallo. Wir können sehr lange. Naptalte Lu, Take ausha. Dico bitte. Wir können sehr lange, schon seit ein, zwei, drei Jahren. Du warst schon immer mein bester Kollege, auch wenn du manchmal gemerkt hast und dich manchmal wütend auf dich war und wir streiten und streiten und so weiter und so fort, aber das ist alles egal, ich bin der Beste. Wow, super, 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 bravo Nico, bravo Yasin, bravo. Und jetzt Schwester von Nico, Anna. Ich helfe für dich und wünsche dir eine schöne Nacht. Ich bin mit allen liebsten Brüdern, ich kann dich mega gerne. Nico, für dich ist diese, für dich? Ja. Und? Und? Du liebst deinen Bruder? Ja, ja, ja. Okay, super, bravo Kinder. Okay, und wir essen jetzt, was wir essen? Ein Salat. Wir haben verschiedene Fleisch gemacht. Kuchen. Und bitte, Yasin, erklärt für diese Anmeldung, das ist eine rote Ferrari. Niko hat gemacht, was ist das? Orange. Orange, ja. Und orange, roses. Und eine, was ist das Deutsch? Diese, 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 diese? Diese. Ja. Rote Kerzen. Rote Kerzen. Wir haben Kuchen. Wir haben Kuchen. Wir haben Tropfen. Wir haben verschiedene, sehr gute Sachen. Ja. 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 Niko, kannst du machen Turte? Was ist das Deutsch? Äh, ich traue mich heute, bitte. Aya, wo ist hier? Hä? Ich habe nichts. Wir haben zu viele Blumen und eine Maske von Italien. Wir haben... Ja. Und... Ein bisschen. Und... Mach einfach. Juhu. Danke auch, eine. Guck. Ein, zwei, zwei, zwei. Jetzt, eine Sekunde. Du musst einen Wunsch machen, Niko. Niko. Du musst einen Wunsch machen, Niko. 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 Mach's fertig. Wir machen jetzt. Mach's fertig. Alle. 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 Er... Okay. Machen wir die Kinder, Niko. Mach's, Niko. Doch, ich mach's.... Doch, ich mach's. Ich mach's, Niko. Und dann... betting wir alle. Ich mach's. Wer weiß... ...Hass du so gemacht? Ja, ich weiß. Hast du so gemacht? Ich denk, ich hasst die Kinder sich... Guck grade ohne Nummer. Buta. Ne Nummer Nummer. Thomas. Ja, es geht so. Es wird sonst jetzt. Was? Nett sonst es. Machst du nur eine, aus dieser eine mach alle. Verstehst du mich? Hast du verstanden? Ich möchte auch nicht machen, die ich ausziehen. Machst du nur eine? Nein. Schau, schau. Moment, Moment. Ich habe eine andere Idee. Machen Sie fertig? Machen Sie fertig? Okay, machen wir zusammen. Man schaut, der Koch ist fein. Machst du nicht? 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 Warte. Moment, Moment. Was war es? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Nico. Happy Birthday to you. Deutsch, Deutsch, Deutsch jetzt. Zum Geburtstag für Glück. Zum Geburtstag für Glück. Zum Geburtstag für Niko. Zum Geburtstag für Glück. Wir haben den 29. Oktober 2013. Wir sind in Zürich und wir sind sehr, sehr froh für den Geburtstag Niko. Ok, ein Wunsch, ein Wunsch, bitte, schnell, 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 ein Wunsch. Ein oder zwei Wünsche. Ich weiß, wie ein Wunsch ich. Ja, wir können alle ein Wunsch machen für Niko jetzt, aber nur denken. Alle, wir machen, ich, Niko, Yassi, Manna, wir machen für Niko ein Wunsch. Okay. Okay. Fertig? Oder? Alle, alle, wir sind fertig. Mhm. Okay. Fertig los! Wuhu, bravo, pläsket diese, bravo! Wuhu! Wuhu, bravo, ataka, okay. Aide. Wuhu! Viel Glück, Niko! Haha.